Können wir euch auch mitnehmen. Ah, hier ist auch Weihnachten bei den Quads. Guck mal. Tschö. So. Hier läuft da noch eine. Hier bin ich, oder? Ich steh noch schnell. Hab keine Waffe in der Hand. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. Das ist auf dem Rückweg nach Hause. Gerade von unserer Zwischenlocation hier losgelaufen. Liegt hier noch ein bisschen in der Gritze. Was, noch mehr? Nee, waren zwei Stück jetzt. Vielleicht gehen wir hier mal so lang. Dann sagt er, die Bieter eigentlich. Obsidian hoch. Das sind jetzt, also die Bereiche sind jetzt auch in Deutsch übersetzt. Brückenfelslande. Hochspitzkuppe. Na toll. Bachblick-Halbinsel. Hochspitzkuppe. Die heißen sind nicht übersetzt in Deutsch, sondern sind komplett andere in Deutsch. Friedetal. Das ist ja hässlich. Na, da hätte ich mir auch bessere Sachen einfallen lassen können. So wie Breuthering? Ah, Horn, Fels, Hain. Oh Gott, das sind doch wahrscheinlich aus dem Englischen irgendwelche Worte übersetzt, so wie sich das anhört. Flurgrüne Ebene. Tiefen Buchzulauf. Ui. Bisschen komisch, oder? Ja. Ist zwar nicht eins zu eins übersetzt, aber doof übersetzt. Schlecht übersetzt. Wo bist denn du? Ach, da hinten schon. Du bist schon so weit gelaufen. Ja. Vielleicht haben wir ja nochmal ins Wiedinger hier. Ja, ja. Da ist dann wirklich noch viertes Lithium. Na dann müssen wir uns da wohl auch nochmal hinquälen ein bisschen. Wo wir da jetzt nicht dringend brauchen, also. Wir müssen mit den Quads umzufahren. Naja. Also tagtäglich so. Dein Fahrstil lässt auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Mhm. Oh. Aber hier haben wir doch schon mal was dran gehabt. Denn könnte, sollte, müsste. Machst du noch ein bisschen Platz in der runter? Bin leer. Das ist gut. Brennst du da hinten mit dem Puma rum? Oder rennt? Oh nein! Hast du den? Nee, du. Ach du scheiße. Und meine Ausdauer ist nicht so fröhlich. Weil ich so runter bin mit dem Essen. Uuh! Oh. Das war mir nicht schön gerade. Was schmeißt denn da alles umher? Kann ich nochmal drauf hin? Vielleicht. Ah. Du willst? So. Oh. Ah, eine Katze. Hast du den Puma schon geholt? Nee, ich dachte, du hast da einen rumgeschlitzt. Kann ich. Nee, okay. Nix mehr schrei. Vier sehen. Naja, nicht so doll, aber. So, eigentlich war mir so beim... Ich hatte mich hier so erschrocken, als diese komische Runzen hinter mir war. Aber ich dachte, ich hätte hier noch irgendwas. Nee, hatte ich wohl nicht. Komm, in so einen Obsidian kannst du uns ruhig noch ein bisschen schenken jetzt. Aber nein. Aber da wird schon noch ein bisschen was sein. Ist ja die Region, oder? Sind wir schon raus? Nee, wir sind dann hoch. Jetzt sind wir in hoch. Na ja, wir stiefeln dir mal noch ein Ründchen rum. Aber was ich komisch finde, ist, du hast Obsidianen hoch und du hast... Warte mal, ich muss mal auf den Lipp gucken. Und du hast bei uns zu Hause Silizium-mäßig, ja? Mhm. Aber dieses Lithium hast du ja nirgends oft mäßig oder hoch. Ist immer nur gering. Mäßig oder nicht? Silizium ist doch auch nicht mäßig, oder? Doch, bei uns zu Hause. Mäßig gibt's doch gar nicht, oder? Nee, heißt es immer hoch oder gering. Und Silizium haben wir doch auch nur in... So aus ist Silizium mäßig, steht da. Mäßig? Ja, steht da. Und Lithium steht immer nur gering. Aber ändert sich das vielleicht auch von Jahreszeit zu Jahreszeit? Nee. Die Anzahl? Nee. Nee. Und hier ist ja obsidian-mäßig, wo wir jetzt gerade sind. Nee, obsidian hoch. Wo bist du? Na, hier bei dir. Und da steht obsidian hoch. Hä? Ja, gab's gerade auf der Map auf. Obsidian hoch. Vorher ich denn gerade obsidian-mäßig gesehen? Das kann ich dir nicht sagen. Da hast du einen Wolf. Aber also, von hoch sehe ich jetzt hier auch nichts. Hoch heißt ja, dass wenigstens auf jedem dritten Felsen mal eins ist. Das ist irgendwie... Ich hab hier eins. Ja, na dann. Achso, du hast keinen Hacken mehr. Willst du zu mir kommen? Da hinten bist du, okay. Ja, das ist schon ein bisschen, also... Ist ja schön, dass er das so eingeführt hat, aber... Dann hätte ich auch gerne für Lithium viel. Ehen mal. Also ehe eine Stelle wenigstens. Wo du denn alle zwei, drei Tage hinkannst und dir mal so zehn, zwölf, fünfzehn, achtzehn, zwanzig holen kannst. Seh ich nicht. Komm, hoffen. So, jetzt haben wir elf. Und ich hab noch eigentlich schmolzen 30. Ja, das brauchen wir auch nicht. Also wir müssen das jetzt nicht sammeln. Und wir wollen ja auch nichts herstellen. Hier sehe ich... Och, warte, war das Kinnlitz... Äh, Kinn. Scheiß Wolf kommt. Das tut richtig in den Augen weh, gerade der dolle weiße Schnee. Oh, ein Glück ist ja nicht gelb. Wir müssen jetzt in den Augen. Geh es noch eins. Na, na, am Zipfel da. Wann denn gehen wir noch raus? Hm. Und wenn das mit den Ärzten genauso ist, mit den Respawn, dann ist es doof. Findest du zwei Lithium an dem Tag oder vier oder keine Ahnung. Und dann ist erstmal Ruhe. Oh, das ist eine Puma-Base. Könnte man ja... Wer hat die denn hier in dem Bad? So, das ist auch nicht. Naja, dann werden wir mal nach Hause gehen und ein bisschen Sprit herstellen. Vielleicht nochmal eine Reparatur einleiten, dass wir wirklich die Dinger heil haben. Die sind heil. 100 Prozent, ja? Okay. Oh, muss. Welche Marzkristalle haben wir jetzt so wieder ein bisschen was mit? Oder mitgebracht, letztes Mal? Ja, die haben wir nun schon wieder fast alle verwendet zum Reparieren. Ja, dann tickern wir mal alles hoch. Dietrichkiste. Hast du noch einen? Mhm. Öffne ich jetzt. Schenke, schenke, eine Platine. Ne. Schade, links lang. Ja, dann tickern wir mal alles hoch. Gucken mal, ob wir vielleicht noch unseren großen Nachbarn besuchen können und mal ein bisschen Loot abgreifen. Gucken, was die schöne für uns haben. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Kriegen nochmal irgendwas besondert. So, hier war doch ein Auto. Oh, nee. Ich dachte, wir sind hier drüben, wo die Base ist von einem Mega, aber ich glaube, da sind wir schon dran vorbei, oder? Oh. Hey. Was tut's weh, Dietrichsus? Du hast ja eh genommen. Schade. Ich bin doch noch einer. Hm. Ich muss auch so liegen, die Lasse. Bist du hinter mir? Maso, rechts von dir. Dann bist du nicht auf die Kehr und mitnehmen kann. Ich bin jetzt auch voll. Denn muss ich auch liegen lassen. Oh. Was lasst mal liegen? Ich, damit jetzt in den Spänen will, ich muss jetzt nach Hause, Kapseln-Kinaustern aber gleich mehr. Und hier ist noch in der Propel-Munition ein bisschen Schießpulver drin. Ah, naja. Mal essen und so müssen wir noch zu Hause haben, Reicht, also fast reichlich. Oh, ein Wäldchen. Könnten wir machen, wir mal nicht, wa? Nö. Auch immer nicht. Ich weiß. Wer? Hm. Ich würde sagen, wir besuchen unsere Nachbarkumpels. Ja, das können wir ruhig machen. Wir könnten ja mit dem Quad hinfahren. Oh. Können wir. Wo ist es? So, ob wir weit anschießen können. Wo ist es? So schnell. Ich sehe nix. Man muss ja irgendwo bei uns in der Nähe sein. Jetzt nicht mehr. Warte, fliegt doch wieder auf den Berg irgendwo. Kannst auf ein Map musst du scrollen, da wird es immer lauter. Da, wo es ist. Ist doch ein Bio-Sprit, ey. Geh jetzt weg. Nee, nee, ist hier unten. Unten heißt es. Ganz abschützt, macht es ja bumm. Ich dachte, wenn ein Tier bei uns in der Nähe rüberfliegt, kann man mal drauf schießen. Aber nicht. Weit weg. Kommt mir heute überhaupt der ganze Weg hier? Kommt mir auch ewig vor. Das ist nur ein schwarzer. Ja, aber nochmal einen ganz schönen Bogen gemacht oben. Oh, willst du noch? München? Nee. Oh, ich sehe nur eine Kiste. Der Dino Christ, hast du die Ausdäume? Wenig. Ja, dann können wir ja nochmal auf den Gegenanriff fahren und gucken, ob die... Da bist du doch gerade hingelaufen. Ich kann doch nicht mitnehmen. Na, ich auch nicht. Das war meist nur deine Muni drin. Da siehst du. Ja, es ist wohl nicht gelandet, das Flugzeug, oder? Doch. Bestimmt. Aber nicht hier. Ja, aber die hörst du doch nicht überall. hörst du überall. Was haben wir denn hier? Silizium. Okay. So. Dann schmeißen wir mal alle raus und können wir uns um Türöffner und... Tür. 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 Ja, ja, ja. Granatpfeiler haben wir ja auch noch. Eine Claymore? Hatten wir nicht auch eine Claymore? Nee, die stehen alle hier draußen und darüber freuen wir uns. Noch eine. Ja, komm mal da drüben. Die haben wir schon hingestellt, Glubbik. Nee, drüben haben wir doch vom Flugzeug ins Gefunde. Nee, diesmal nicht, Glubbik. Oh, Bettchen, schön. Zu Hause. Hier ist zu Hause. Hier fühle ich mich wieder zu Hause. Alles durcheinander. Erstmal einen ganzen Obstsalat. So. Achso, ich bin gleich vergoften. Ah, schnell die Hände waschen. Ganz, ganz flott. So. Dann. Hm. Kohle hatten wir ja noch ein bisschen drauf. Na, kommt ein bisschen aus als krank. Na, nur ein bisschen erstmal kurz Fett und Ofen und dann packen wir alles und dann können wir endlich loslegen. Hast du deine Muni von drüben mit rübergebracht? Ich denke, ja. Hat ja nicht mehr so viel. Ist schön, dann kommen wir in die Weihnachtsbäume heute auch zur Geltung. Pünktlich zum Fest. So. Oh, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Ähm. Die Quads sind aufgetankt. Wir haben noch 20 Benzin über. Aber das werden wir jetzt nicht brauchen. Die ist ja keine Langstrecke jetzt. Muni haben wir dabei. Ich hab den Türöffner. Du hast den ganzen anderen Kladeradatsch? Ich hab, ja genau, zum Holztüren aufmachen, die Sachen weg. Achso, ich hab nur eine Axt bei... Ich hab auch nur eine angefangen hat zu erreichen. Ja, war? Ja. Ja, ist zwar doof, dass wir jetzt schon wieder überfallen, aber wir brauchen eben die Ressourcen und warum sollten wir das alleine machen? Können wir euch auch mitnehmen. Ah, hier ist auch Weihnachten bei den Quads. Guck mal. Mhm. Schön. Überall so ein Weihnachtsbräume. So, wir können ja mal kurz dringucken. Quads ist... Warum ist denn das schon wieder leer? Ich hab doch eben alle beide... Wirklich? Ich hatte eben alle beide vollgemacht bis zum Anschlag und hab nochmal 20 hergestellt. Bei mir ist schon wieder was raus. Das ist kaputt, das leckt. Ich war trotzdem jetzt noch... Oh, Alter. Nimm das viel Benzin. Na ja, sag doch. Da musst du schon ein bisschen was herstellen. Ja, ja, jetzt hab ich aber nur noch elf, aber ist egal. Die sind jetzt voll und jetzt fahren wir mal langsam darüber, weil wir fahren echt nicht schön. Ich hab ja gesagt, wir müssen uns hier endlich mal einen kleinen Parcours aufbauen und mal eine kleine Fahrstuhlkursrunde machen mit den Dingern. Ich glaub, die sind ein bisschen laut. Möp, möp. Da hast du Spaß dran, wa? Da hab ich Spaß dran. Hört sich auch schön an. Achso, hier kommen wir ja nicht durch. Oder kommen wir mit dem Quad durch unseren Durchgang. Ach du Scheiße, das haben wir auch noch nicht probiert. Da fahr ich lieber in der First Person mit V. Ja, wa? Wusste nicht. Ich weiß nicht, ich komme nicht so richtig klar mit. Ich glaube, wir kommen ja gar nicht durch. Nee. Guck mal, durchs Wasser? Nee. Haben wir uns ja toll ausgedacht. Also nächste Sache, die wir in Angriff nehmen müssen, wir müssen einen Durchgang mit den Quads finden. Neun. Oder wir machen hier vorne so einen kleinen Steg vor dem... Ja, da können wir rumfahren, ja. Und nun stehen wir hier wie die Kuh vor dem Tor. Ja, heute mal eine Treppe dürften wir erfahren können. Ja, ich denke schon. Die Nelände weg. Ja, da müssen wir uns was überlegen. Da machen wir, siehst du, können wir demnächst auch machen. Bauen wir hier vorne noch eine kleine Straße über das Wasser. Beste Wetter natürlich wieder zum... Ja, krass, oder? Wenn ich jetzt mit dem Quad über eine Claymore fahre, passiert ohne Schwellig drauf sitze, ne? Wärst du im Ersten? Momentan noch, ja, weil ich fahre ein bisschen softig, falls doch irgendwo oben das Band Da ist ein Bär und rechts ist ein Lagerfeuer. Ist der Bär an mir dran? Ne, der ist wieder an mir dran gleich. Ja. Ich sag, wir brauchen eine Fahrschule mit dem Ding. Ja, man muss erst mal rauskriegen, wie weit hat man aggro wie schnell wird man so wieder los. Dann machen wir erst mal die Banditen oder was? Würde ich sagen. Okay, lass mal die Kiste hier stehen mal. Wo waren die denn? Ein bisschen rechts. Da steht ihr nach dem Baum, oder? Warte mal kurz. Da steht der aber nicht hier an den Quatsch stehen. Ne, ne, ich weiß. Ich hab ja nur ganz kurz mal den Sound ein bisschen leiser gemacht. Da kommt er, weldet die Witter jedem ein bisschen. Immer Kopf. Okay. Drei. Zahnräder haben wir schon wieder zwei. Haben wir die Türöffnung gleich wieder raus? Die wie viel brauchen wir immer? Sechs. Hast du einen? Ne, hab keinen. Okay, dann such mal noch. Einer fehlt noch. Den letzten hier macht. Die beiden hier vorne hab ich. Die müssen ja irgendwo bei einer Leiche liegen. Ich sehe aber nur zwei Leichen. Die beiden hier. Die habe auch gelootet, aber der dritte fehlt. Ah, hier hinten an der Ecke. Okay. Aber, ja. Der letzte ist angeln, ne? Das Feuer ist hier oben. Wahrscheinlich, ja. Ich sehe kein Feuer. Jetzt sehe ich es auch gerade nicht. Egal. Da kann ja nicht viel drin sein. So, dann fahren wir mal weiter, mal oben lang. Also da Richtung, ja. Ich fahre vor. Ich bin stark, klar. Neng. Ich glaube, wenn es halbwegs überschaubar ist, kann man ja auch im zweiten Zoo mal fahren, hier durch diese Mache ich? bisschen hügelige Gegend. Ja, aber auf Eis hat es doch mehr Laune gemacht, wa? Ja. Ja, kunst du richtig. Das Gute ist ja, oder haben wir nur das Gefühl, könnt ihr ja mal auch sagen, ob ihr das auch so empfindet. Ich finde ja, bei Regen, wenn es doll regnet und die Witter ist, dann sind wirklich weniger Tiere da, oder? Ja, das haben wir ja damals, also schon vor Ewigkeiten mal fest, also für uns jetzt so festgestellt, dass das wirkt, als wenn das weniger Tiere sind, ja. Aber das Gute mit den Quads ist eben, wenn du eine Lootrunde machst, du hast immer noch Kofferraum. Ja. Also du hast immer noch eine Möglichkeit, was zu verstauen. Und lass mal die hier stehen, oder? Ja, ich würde noch gerne ein Foto machen. Äh, vor diesem. Kannst du so ein bisschen noch kurz hier rüberkommen? Wir können ja dann nochmal umparken. Vor der Base. Nach vorne. Das können wir nachher machen, wenn wir fertig sind. Ich würde es jetzt machen. Okay. Warte. Okay. Reicht mir schon. Zoome ich denn ran. Warte mal, kurz noch die Waffen nachladen. Oh, die haben wir schon gesehen. Ich treffe heute nichts, wahr? Das ist heute... Ich ja, adieu. Dann ist er adieu. Darfst du noch erinnern? Oh, ich habe mal was getroffen. Siehste. Da habe ich nämlich verfehlt gerade. Ja, ich werde mir jetzt demnächst mal eine Waffe bauen. Ich habe die ja auch schon gesagt. Ja, Merkbach. So viele schon. Die doppelläufige. Welche ist denn die Waffe, in der man die blauen Patronen verwendet, die wir jetzt so oft gefunden haben? Doppelläufige. Okay. So, die haben wir mal. Nur mal nach der Clamer Ausschau halten. Das wäre knapp geworden. Ja, habe sie auch gesehen, rechtzeitig. Okay, aber hier drüben noch weiter. Ah, eigentlich ist das egal. Okay. So, dann bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, einer kommt schon. Kickt er durchs Fenster? Die Ratte. Beobachtet schön. Wird aus. Geht's noch? Die geht wieder nach oben? Oh, jetzt bist du genau darin gelaufen, ey. Ich kann merken. So, nächster? Okay, hintere Treppe ist. Irgendwo. Gehst du vorne? Ja, ja. Gehen wir da oben? Gehen wir schon hoch? Ja, wir gehen hoch. Hier. Du darfst dich nicht immer davor stellen. Das ist Mist. Ich wollte gerade um eine Ecke gehen. Weil den Jagek dir immer irgendwie... Und geh doch vor. Ja, ne? Ja. Immer ran. Ich hab noch eine Tür gehört, gerade. Ich auch. Ah. Jetzt bin ich mal komplett verfehlt. Aber das dürfte sie gewesen sein, ne? Ich denke auch, ja. Hier oben dürfte eigentlich keiner mehr. Nö. Gut. So, guck ich mal zuerst im Frühstang. Oh. Ach, hier ist ein Pfeil. Da ist noch viel drin im Frühstang. Dann haben wir sieben Pfeil. Dann haben wir von oben. Ja, ne? Ich erst gerade... So. Jo. Dann fangen wir von oben. Warte, dann geh ich mal kurz hier an den Rand. Sieht man von hier oben unser Quarz? Ah, nicht so richtig. Wollen wir die erstmal ranholen? Ach, ne. Ach. Quatsch. Eins. Ach so, stimmt ja. Hast du schön noch, mein Schatz? Hast du schön gesprengt? Ja. Das habe ich jetzt schon drauf. Mein Sprengmeister. Manchmal kullern die unten drunter durch, aber... Ah, zu Weihnachten so ein Besuch beim Nachbarn, ey. Frische Blitzchen. Ist schön. So, eine Granate haben wir. Soll ich wieder für dich dazu drin lassen, was du mitschleppst? Ja, wahr? Machen wir jetzt immer so. Ja. Du magst ja eh diese Pfeile gerne, ne? Diese besseren. So. Hier läuft da noch eine. Hier bin ich, oder? Ich steh noch schnell. Ich steh noch schnell. Oh. Hab keine Waffe in der Hand. Ich hab den nur angeguckt und wusste ja nicht, was ich machen sollte gerade. Weil ich die Axt hatte. Oh, schön. Herrlich. Telefoniert haben wir auch schon. Hier fällt nur einer runter gerade. Nächste Etage. Was haben wir hier noch drin? Da war ich schon dran. Kein Fett. Dann machen wir den aus. Hier bleiben wir nicht über Nacht. Tomatensuppe. Schön. Eichen wird bestimmt schlecht. Aber musst du essen. Die werden schnell schlecht, die Dinge. Hier kannst du. Nimm mal du. Ich bin schon wieder fast voll. Ich auch. So. Brauchst du Obst? Nö. Ist halt voll bei mir. Okay. So. Nächste Tür. Ich guck hier mal in die Werkbank rein. Mhm. Ein paar Lösen. Okay. Tür. Na denn. Oh, die war doof, die zweite. Ja. Gleich mal sehen. Nö. Ja, geht. Hört sich wieder. Jetzt haben wir noch eine und einen Granatpfeil. Eine Granate hatten wir eben ohne hier gefunden. Dies zählst du schon mit, ja? Ja. Okay. Na, jetzt hole ich ohne eine raus. Na, hoffentlich. Ist doch geil. Nee, leider nicht, aber Legierungsbleche. Schön, schön, schön. So, können wir uns hier noch was herstellen? Glasplatten. Ja, das machen wir doch gleich wieder. Zwischen zwei Glasplatten. Hast du irgendwie so eingeschmolzene Sachen, hast du nicht, wahr? Ähm. Nee. Nee. Also Metall, Eisen oder so, nee? Nope. Hätten wir auch ein bisschen was mitnehmen können. Ja, halt für Eisen. Kannst hier noch was rausnehmen, wenn du willst. Also musst du da. Dann nehmen wir ihn runter und dann ist das schon die letzte Tür, wa? Ja. Okay. So, machen wir mal zwei Glasplatten. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind abgestürzt. Also ich stehe. Jetzt. Also ein Mörderleck. Guck mal aus dem Fenster. Da kniet ein Jäger. Der kommt. Der ist gleich vermangeln gekommen. Hi. Na? Okay. Haben wir das alte Haus im Haus, ja, Gister? Ja. Okay, Gister ist leer. Werkbank ist leer. Ah, was ist mit der Schmelze hier? Jetzt noch mal ein bisschen Glas. Von da unten ist ja auch noch mal eine Werkbank, wa? Jene ist noch, ja. Oh. Oh, voll? Oh, komm grad raus, ich schmiss. Jene ist noch. Oh, eine Eisenbahn. Schön. Äh, nimm mal hier deine Moni. Dann kann ich den Eisenbahn noch mitnehmen. Und ich stelle noch mal Glasplatte hin. Ach Mensch, hier unten waren wir noch ja nicht dran. Hier ist eine Solarzelle drin, Alter. Oh, da siehst du. Oh, wie geil. Man muss nur auf dir noch, wenn man es nicht schenkt zu Weihnachten. Das Weihnachten schenkt. Das finde ich schön. Wie geil. Darüber freuen wir uns immer irgendwie. Also in der Base hatten wir oft eine Solarzelle. 5 Mal, glaube ich, hatten wir schon. Okay, ich mach dann mal die Tür, Jorgen. Nee, nimm mal nochmal hier raus. Ach, süß, da haben wir zwei Granaten, ne? Das war aber easy peasy. Ah, ich glaube, ich kann den doch jetzt. Gott sei Dank, ich kann den Stoff nicht mitnehmen, aber doch kann ich. Ja, wir müssen ja noch langsam los, das wird duster. Ja, mach schnell. Einmal. Und wir haben diesmal nicht so viel zerstört von der Base. Nee. Und zweimal. Jetzt war ein bisschen Hackeli, Hackeli. Wow, wieder 40. Also diesmal hat das echt geile Klappe. Wieder richtig mittig getroffen. Schön. Ja. Ja, mit Granatfällen geht das auch, aber mit Granatfällen hast du das Problem, oben, wo es zu eng ist, dann sprengst du dich immer selber über den Haufen. Einen Flutlichtschalter haben wir wieder drin. Na, super. Und noch eine Granate. Okay. Oh ja. So, mehr krieg ich nicht mit. Ah, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich alles mitgehe. Einen Platz, also einen Platz hab ich jetzt noch. Ähm, wenn ich die Suppe gleich noch esse, dann zweie. Ah, aus Südkalien geht. Ah, den Flutlichtschalter krieg ich nicht mit. Den krieg der nur mit. Einen Platz hab ich noch. Okay. Und wir können ja was ins Quad packen. Ja. Na, den mit? Ich hab'n doch. Da ist doch noch einer drinne. Bei mir wird dann eine Angezeit geraten. Nee, ist krass. Okay. Irgendwie ein bisschen laggy heute unser. Irgendwas stimmt auch nicht, ich merkte doch. Also bei mir ist ganz viel Zeit, was zögert so. Nicht doll, aber bemerkbar. Naja, schön. Naja, siehste, hat sich gelohnt. Naja, dann packen wir. Den Weg machen wir alleine, wa? Jo. Würde mich jetzt nur noch mal hier rufsetzen und... ...bisschen dichter ranfahren für ein schönes Bild für euch. Ja? Und jetzt über eine Claymore. Wumm! Bede Quads brennen. Wollte ich immer probieren, ob das Quad denn kaputt geht komplett, oder nicht? Ja, ich glaub, das wollen wir nicht probieren. Gieß dann. Gut, dann machen wir uns auf einen Heimweg. Ja. Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, eine schöne, besinnliche Zeit mit euren Liebsten. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Tschau! Musik